Genial geschmückte Autos, jede Menge Musik und süße Schnecken. Der Dieburger Fastnachtsumzug ließ auch in diesem Jahr keine Wünsche bei den feierwilligen Besuchern offen. Eindeutig sehr originell, die Pusteblumen und die menschlichen Würfel. Aber alle Gruppen bewiesen Kreativität und Humor. Und Themen gibt es immer. An den Klimawandel beispielsweise erinnerten die Bosse-Macher in Form von Pinguinen. Auch für müde Funke-Mariechen war gesorgt. Im Funke-Mariechen-Express konnte sich die Garde in Wolldecken mummeln und einen Moment ausruhen. Über drei Stunden war der Zug mit 111 Nummern unterwegs durch die Burg. Und damit sie in den vollen Genuss der Highlights kommen, bin ich jetzt einfach mal still. In결ieャ 워k Cartoon Ingelieün Auf euch, auf das schöne Wetter, auf unsere tolle Fastnacht, auf ein, drei wahrscheinlich und wenn wir wünsch keinen Pfiff! Super! 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 Untertitelung des ZDF, 2020